Das Santa Rita Gefängnis nahe der kalifornischen Stadt Oakland. Die fünftgrößte Haftanstalt der USA. Brutale Gangs bestimmen hier den Alltag. Ihren Krieg bringen sie von den Straßen Oaklands mit in den Knast. Wer hier drin überleben will, schließt sich einer Gang an. Oder wird zur Zielscheibe. Du musst dir deine Leute suchen. Wenn du hier drinnen allein bist, lauern überall die Haie. In diesem Gefängnis zeigen Gangster-Veteranen den Neulingen ihre Tricks. Du musst deine Leute respektieren und zu ihnen halten. Diese Männer müssen den Gangstern immer einen Schritt voraus sein. Die Gang-Unit sorgt für Ruhe und Ordnung innerhalb der Gefängnismauern. Die meisten von denen sind wahrscheinlich bewaffnet. Und wenn es eine Rasierklinie ist, die sie im Mund verstecken. Und es werden immer mehr. Im Santa Rita Gefängnis Oakland rüsten sich die Wärter mit Schutzwesten und Schreckschusswaffen. Sie bereiten eine Razzia vor. Wenige Stunden zuvor hatte einer der Insassen einen Kollegen von ihnen angegriffen. Wir fallen im Zellenblock 33 an und nehmen da alles auseinander. Wie ihr wisst, wurde heute einer unserer Leute angegriffen. Wir gehen da rein und stellen klar, dass wir hier das Sagen haben. Es geschah am frühen Morgen. Während er in eine andere Zelle verlegt wurde, nutzte ein Häftling die Gelegenheit und schlug zu. Im Gefängnis droht ständig Gewalt. Und in Fällen wie diesem müssen die Beamten schnell reagieren und hart durchgreifen. Wenn sie die Zellenblöcke betreten, müssen sie auf alles gefasst sein. Gefangene, die Widerstand leisten oder direkt auf sie losgehen. Je nach Situation fährt die Gefängnisleitung mehr oder weniger schwere Geschütze auf. Bei Razzien ist das Überraschungsmoment entscheidend. Meine Herren, raus aus den Federn! Weg von den Schubladen! Aufstehen und anziehen! Razzien wie diese sind im Santa Rita Gefängnis an der Tagesordnung. Aber wenn ein Kollege angegriffen wird, ist mit den Wärtern nicht zu spaßen. Schon beim geringsten Widerstand werden die Gefangenen in Handschellen gelegt. Umdrehen! Hände auf den Rücken! Halt! Los! Die Deputies durchforsten alle Zellen und nehmen jedes Bett auseinander. Sie suchen nach Waffen, Drogen und Alkohol und werden schnell fündig. Dutzende Flaschen mit selbstgebrautem Alkohol, der Pruno genannt wird. Man vermischt Zucker und Apfelsaft. Dann verschließt man die Flasche und es fängt an zu gären. Der Katalysator für viele Schlägereien. Die Jungs trinken das Zeug und werden übermütig. Für uns ist das hier Routine. Aber wenn ein Kollege bedroht wird, dann steht der Trakt, in dem das passiert ist, ganz oben auf der Liste. Hier ist ein Aufseher heute Morgen angegriffen worden. Und deswegen jetzt die Razzia. Über 150 Insassen werden gefilzt, wobei selbstgebastelte Waffen und literweise Alkohol zum Vorschein kommen. Doch der Kampf um die Kontrolle ist endlos, im fünftgrößten Gefängnis der USA. Das Santa Rita Untersuchungsgefängnis in der Nähe von Oakland hat 4000 Insassen. Mehr als die meisten anderen Gefängnisse in Kalifornien. 18 Zellenblöcke erstrecken sich über die gesamte Länge der Gefängnisanlage. Sage und schreibe 800 Meter. Das Gefängnis besteht aus zwei Flügeln. Im Ostflügel sind die Schutzzellen und Schlafsäle für Gefangene mit geringer Sicherheitsstufe. Im Westflügel sind Häftlinge der höchsten Sicherheitsstufe in Zweibettzellen untergebracht. Dort sind auch die Isolationszellen, in denen die Gefangenen 23 Stunden am Tag eingesperrt sind. Mehr als 60.000 Untersuchungshäftlinge sitzen hier jedes Jahr ein. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen und ständig liegt Gewalt in der Luft. Diese Gewalt kommt direkt von den Straßen Oaklands. Von hier kommen einige der gefährlichsten Gangs der USA. Die Gangs sind für etwa 100 Morde in den letzten drei Jahren in Oakland verantwortlich. Und für mehr als 23.000 andere Gewaltverbrechen. Und alle, die hier verhaftet werden, wandern erstmal in Santa Rita. Die Straßengangs von Oakland geben hier drin den Ton an. Zwei Drittel der Gefangenen sind Gangmitglieder. Sie bringen ihre Rivalitäten und Kriege mit in den Knast. Um hier die Kontrolle zu behalten, müssen die Wärter die Gefangenen streng überwachen. Vom ersten Moment an. Terry Carson arbeitet im Aufnahmebereich. Hier machen sich die Aufseher ein erstes Bild von den Neuzugängen. Haben sie jenen Polizisten angegriffen? Und andere Häftlinge? Carson befragt jeden Neuzugang zu dessen krimineller Vergangenheit und was ihm vorgeworfen wird. Er will herausfinden, wie gefährlich der Neue ist. So wird jeder Häftling einer entsprechenden Gruppe zugeordnet. Und er bekommt Gefängniskleidung in der jeweiligen Farbe. Insassen mit blauer Kleidung sind weniger gefährlich. Häftlinge mit gelber Kleidung sind wegen schwerer Verbrechen angeklagt oder sind im Knast schon wegen Gewalt aufgefallen. Terrordrohungen? Okay. Jedes steht für ein Jahr im Gefängnis? Rot bedeutet, dass ein Insasse in Einzelhaft oder eine Schutzzelle kommt. Wissen Sie noch, wieso Sie damals saßen? Warum? Körperverletzung, häusliche Gewalt, versuchter Mord. Wie viele Punkte hatten Sie in St. Quentin? Ich hatte Level 4. Level 4. Diese Einstufung ist eine Notlösung, der Versuch, einen Waffenstillstand zu erreichen. 510, F***, Pote, Los Tecolotes. Es ist ein Big 1, 3, Homeboy, das Sie knew. Barrio Pobre, Surenios, A31, Costa Central. Mitglieder rivalisierender Gangs müssen streng voneinander getrennt werden. Wenn du einem von den anderen über den Weg lachst, also wenn du jetzt ein Surenio bist und du siehst einen Nortenio, dann gehst du auf den Los. So läuft das bei denen. Wenn du das nicht machst, bist du selber dran. Konflikte zwischen den Gangs können jederzeit ausbrechen. Deshalb hat das Gefängnis ein spezielles Team aufgestellt, das tiefer in die Welt der Gangs eintauchen soll. Dazu gehören Terry Carson und Teamleiter Mark Schlegel. Sie sind die Gang-Experten des Gefängnisses. Ihr Büro hängt voller Zeichnungen. Geheime Symbole und Codes sind die Schlüssel, um die verschiedenen Gruppen zu unterscheiden. Das hier ist Kumi 415. Das sind die Hells Angels, West Oakland, das ist X4 Norte. In den Zeichnungen verbergen sich wichtige Hinweise auf Gang-Zugehörigkeit, Rivalitäten und mögliche Konflikte. Sie erzählen eine Geschichte so wie auch die Insassen selbst, mit ihren Tattoos. Diese Tätowierungen sehen wir immer wieder. Sie erzählen eine Geschichte. Das N, der 14. Buchstabe des Alphabets, steht für Norte. Die 14 kommt auch oft bei Rechtsextremisten vor. Aber da bedeutet sie etwas ganz anderes. Das sind nicht nur irgendwelche Zeichnungen und Tattoos. Sie haben alle eine Bedeutung. Diese Geschichten zu entschlüsseln, könnte für die Sicherheit im Gefängnis entscheidend sein. Aber die Gang-Experten haben eine noch wichtigere Aufgabe. Sie legen über jedes Gang-Mitglied eine Akte an, die ihm entweder in den Knast oder in die Freiheit folgt. Auf diese wertvollen Informationen können dann sowohl Vollzugs- als auch Polizeibeamte zurückgreifen. Eine große Herausforderung. In Kalifornien gibt es hunderte von Gruppierungen und Gangs und fast alle sind in Santa Rita vertreten. Es gibt die Border Brothers, die Peisers, die Blacks und die Whites. Wenn feindliche Gangs zusammen untergebracht werden, geht die Bombe hoch. In Hochsicherheitsblock 6 ist genau das passiert. Das Putz-Team ist schon am Tatort und wischt die Spuren eines brutalen Kampfes auf, der erst ein paar Stunden her ist. Wir hatten die Zellentüren gerade zum Abendessen geöffnet. Ein Gefangener kam aus Zelle 14 hier reingestürmt und griff den anderen mit einer Rasierklinge an. Er hat versucht, ihm das Gesicht aufzuschlitzen. Beide Häftlinge sind verletzt und werden ärztlich versorgt. Den Angreifer erwartet eine Anklage wegen Körperverletzung. Ob das eine Gang-Auseinandersetzung war, ist noch unklar. Das sieht aus wie die unterste Etage eines Zellenblocks. Die Würfel verstehe ich immer noch nicht. Die Gang-Experten stehen unter Druck. Sie müssen tausende von Hinweisen und Botschaften entschlüsseln. Das ist Blut definitiv. Vier Tropfen. Ja, und eine Eins und eine Drei. Das ist... Sorenio. Sorenio. Könnte sein. Sie müssen die Gang-Mitglieder identifizieren und von ihren Feinden trennen, bevor wieder Blut fließt. Das Santa Rita-Gefängnis nahe Oakland ist die fünftgrößte Haftanstalt der USA. Hier sitzen Mitglieder der brutalsten Gangs Kaliforniens ein. Die Wärter müssen die Kontrolle behalten. Über rund 4000 Häftlinge. Es ist Freitag, 3 Uhr morgens und das C-Team hat Nachtdienst. Diese Nacht sind 60 Neuzugänge gekommen, die aufgenommen werden müssen. Wir durchsuchen sie jetzt. Schuhe und Socken auf meine Seite der blauen Linie. Auch zu später Stunde sind John White und der Rest des Teams im Aufnahmebereich in höchster Alarmbereitschaft. Los, los, Hände ausstrecken! Im Aufnahmebereich werden aus Verhafteten Inhaftierte. Wir müssen hier höllisch aufpassen. Das ist der gefährlichste Teil des Aufnahmebereichs. Wir haben in diesen Zellen schon Drogen, Messer und Feuerwaffen gefunden. Alles Mögliche. Die Stimmung hier ist immer angespannt, aber heute Nacht ist alles glatt gelaufen. Die Wärter hüten sich davor, das Wort ruhig zu benutzen, denn sie wissen, je später der Abend, desto wahrscheinlicher der Ärger. Wir haben jetzt 10 Stunden unsere Schicht hinter uns und müssen jede Sekunde auf Zack sein. Bei der Sicherheitskontrolle gleich um die Ecke macht sich diese Wachsamkeit bezahlt, als ein Häftling frech wird. Die Wärter reagieren schnell und mit angemessener Härte, um eins klarzustellen. Das hier ist der Knast. Wir geben hier den Ton an, aber das müssen sie erst lernen. Sie müssen sich erst an die Haft gewöhnen. Sie kapieren nicht, dass sie absolut nichts mehr zu melden haben. Der Typ ist hackedicht. Wir wollten ihn durchsuchen und er wurde aggressiv. Wir haben ihm zu unserer und zu seiner eigenen Sicherheit Handschellen angelegt und nach hinten gebracht. So was passiert jede Nacht. Hör auf zu treten, Mann! Alkohol hat eine komische Wirkung auf manche Leute und meistens landen sie dann hier. Dieser Häftling wird hier erstmal ausnüchtern. Nachts gibt es im Aufnahmebereich ruhige Ecken für Problemfälle. Aber am Morgen ändert sich die Stimmung radikal, denn dann drängen sich hier die Neuzugänge. Durch die 30 Sammelzellen wandern jeden Tag im Schnitt 400 Häftlinge. Wenn viel los ist, sogar bis zu 600. Jeder Gefangene, der auf seine Verhandlung wartet, auf dem Weg von der U-Haft in den Strafvollzug ist, neu aufgenommen oder auch freigelassen wird, kommt hier durch. Platz machen, meine Herren. Wir gehen gleich. Hier die Kontrolle zu behalten, ist nicht ganz einfach, denn die Wächter sind in der Unterzahl. In einer Schicht haben wir hier acht bis zwölf Leute. Und die müssen mit bis zu 300 Häftlingen klarkommen. Es ist 13.50 Uhr. Das heißt, es ist die letzte Fuhre. Bringen wir es hinter uns. Bei so vielen Gefangenen kann es im Aufnahmebereich durchaus zu Überbelegungen kommen. Und besonders in den Sammelzellen führt das zu Stress. Normalerweise werden hier etwa 20 Insassen eingepfercht. Aber wenn die Beamten nicht nachkommen, steigt diese Zahl. Und die Temperatur. An einem heißen Juli-Tag schlägt einem ein heißer Luftschwall entgegen, wenn man die Tür öffnet. Wie in der Sauna. Wie wenn man die Ofentür öffnet, nachdem man etwas gebacken hat. Je mehr Leute in den Zellen sind, desto heißer wird es da drin. Die Jungs sind dann schnell gereizt und geraten auch manchmal aneinander. Du hockst in einem Betonkasten und schwitzt wie ein Schwein. Aus der Lüftung kommt nur heiße Luft. Es stinkt, die Leute furzen und jammern rum. Dann sagt so ein Penner irgendwas und es kracht. Wie wenn man Öl ins Feuer schüttet. Das reicht. Verstehst du, Alter? Sammelzellen wie diese gibt es in Gefängnissen im ganzen Land. Viele Häftlinge sind kurz vor dem Durchdrehen. Da reicht ein falscher Blick. Ohne dass die Wächter es merken, kann jederzeit eine Schlägerei ausbrechen. Und eskalieren, wenn mehr Insassen sich daran beteiligen. Moment, die Herren, bin gleich zurück. Das Fass ist hier im wahrsten Sinne des Wortes ständig am Überlaufen. Das setzt die Beamten unter hohen Druck. Die Insassen müssen in den Sammelzellen warten und deshalb ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Kennt jeder die Regeln? Am Ende seiner Schicht bringt Scott Brandon über 60 Insassen zurück in ihre Zellenblöcke. Rechte Schulter, rechte Wand, alle in einer Reihe. Zweite Regel. Maul halten. Solange die Gefangenen nicht gefesselt sind, gilt eins, immer in Bewegung halten. Sie sollen alle in eine Richtung laufen und sich nicht ablenken lassen. Wenn das klappt und sie einigermaßen in einer Reihe bleiben, dann läuft's eigentlich. Das Ziel ist, dass sie sich nicht prügeln. Sowas darf nicht passieren. Wir haben es hier schließlich nicht mit Kindern, sondern mit erwachsenen Männern zu tun. Die haben ihren eigenen Kopf. Die Insassen haben einen langen Tag hinter sich. Für diejenigen, die in Zellenblock 34 gebracht werden, fängt der Stress allerdings erst an. Hier sind 328 Häftlinge untergebracht. Das absolute Maximum. Und es gibt nur zwei Wärter. Wenn die Insassen Freizeit haben, ist es hier laut und eng. Dann leben die Gefangenen nach ihren eigenen Regeln. Du musst deine Leute respektieren und immer bei deinen Leuten bleiben. Verstehst du, Alter? Wir sitzen hier in der Black Hall. Hier sind nur Schwarze erlaubt. In der Mitte sind die anderen. Sie teilen sich auch in verschiedene Bereiche. Klar, Mann? Diese Aufteilung wird strikt eingehalten, im gesamten Zellenblock. Es ist eine Trennung nach Hautfarben, zur Wahrung des Friedens, behaupten die Insassen. Doch dahinter verbirgt sich eine viel tiefere Kluft. Wie im Rest des Knasts haben auch in diesem Block die Gangs das Sagen. Jeder Tisch, jede Treppe und jedes Telefon markiert ein abgestecktes Revier. Den größten Teil beanspruchen die dominanten Nortenios, die streng nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln leben, wie Ex-Nortenio-Mitglied Lucky erzählt. Jeder hat eine Aufgabe. Eine Gang ist wie ein Körper. Jede in der Gang hat eine spezielle Funktion. Ganz egal, ob du ganz oben oder ganz unten stehst. Du trägst etwas bei. Sagen wir mal, hier ist eine Zelle. Und die Tür öffnet sich 27 Mal am Tag. Meine Aufgabe ist es, hier zu sitzen, die Tür zu beobachten und jedes Öffnen zu notieren. Das ist mein Job. Ich bin Teil von etwas. Und leiste meinen Beitrag. Wenn du in der Nortenio-Gang bist, musst du trainieren. Wenn du das nicht machst, wirst du bestraft. So läuft das mal. Die Gesetze der Gangs bestimmen das Leben im Knast. Das Gefängnis wird zur Rekrutierungsstelle. Obwohl Insassen behaupten, dass die Trennung nach Hautfarben für Ruhe sorgt, kommt es immer wieder zu Schlägereien. Und dann heißt es Gang gegen Gang. Ich und meine Nigger zeigen denen, wo's lang geht. Wir hauen alles kurz und klein. Niemand kneift. Keine Frage, Mann. Wenn's losgeht, gibt's was auf die Mütze, Mann. Im Ernst, wir machen die alle fertig. Ich geh hier nicht in einem Leichensack raus. Zurück in die Zellen, Leute. Jetzt ist Einschluss. Nach drei Stunden Freizeit müssen die Häftlinge wieder in ihre Zellen. Die Wärter laufen durch den Schlafsaal und zählen die Insassen. 36 Männer schlafen hier in Etagenbetten. Alle sind da. Keiner fehlt. Dann wird noch einmal stichprobenartig nach Schmuggelware gesucht. Wenn sie wieder hinter Schloss und Riegel sitzen, fängt für die Häftlinge in Zellenblöcken wie diesem die Nacht erst an. Zellenparty ist angesagt. Und die zwei Wärter können nicht viel dagegen machen. Das Essen haben sie im Gefängnis erstanden. Der Alkohol ist selbst gebraut. Die Bullen dürfen das nicht sehen, Mann. Wir knallen uns mit dem Zeug richtig die Birne zu. Heute machen wir Gambo mit Austern, Hühnchen, Thunfisch und Reis. Wir schmeißen alles zusammen. Wir essen wie die Könige. Oakland hat die fünfthöchste Kriminalitätsrate der USA. In den letzten drei Jahren hat es hier über 300 Morde gegeben. Die Polizei verabschieden die 3. Morde des Weekends. Viele dieser Morde gehen auf das Konto von Gangmitgliedern, die dann in Santa Rita landen und auf ihren Prozess warten. Weil hier aber jedes Jahr auch tausende Wiederholungstäter durchgeschleust werden, ist Santa Rita auch eine Art Trainingslager für Anfänger-Gangster. Im Osten des Geländes findet ein tägliches Ritual statt. Zellenblock 34 hat Hofgang. Nur bei dieser Gelegenheit kommen alle 328 Insassen zusammen raus. Auf den ersten Blick sieht alles friedlich aus. Aber der Schein trügt. Vom Wachturm aus beobachten die Gang-Experten Mark Schlegel und Terry Carson die Gefangenen. Für sie kann der Hofgang sehr aufschlussreich sein. Wenn wir hier oben sitzen und die Jungs beim Trainieren beobachten, können wir erkennen, ob es Probleme gibt, wer was zu sagen hat und wer die Bodyguards sind. Wir sehen, dass die Nortenios am Ende des Hofs ihr Fitnessprogramm durchziehen. Sie machen Liegestütze und ihre üblichen Übungen, während sie sich über das Geschäft unterhalten. Sie stellen sich so auf, dass sie alles im Blick behalten können. Da hinten steht ein Typ ganz allein bei den Klimmzugstangen. Siehst du, wer da steht, mit dem Rücken zu den anderen? Der hält Wache. Der Hof ist in abgesteckte Bereiche unterteilt. Jede Gang hat ihr eigenes Revier. Die Nortenios kontrollieren das Squash-Feld, schwarze Gangs das Basketballfeld und andere Latino-Gangs das Volleyballfeld. Außerdem gelten strenge Regeln, die Gang-Anführer wie der ehemalige Skinhead Brian Curliss aufgestellt haben. Da draußen gibt es alle möglichen Gruppierungen. Black, BGF, Blood, Crip, Nortenios, Serenios und Whites. Keiner will was mit den anderen zu tun haben. Die kommen mir besser nicht in die Quere. So läuft das Mann. Du bleibst auf deiner Seite und ich auf meiner. Wenn du die Grenze überschreitest, mach ich dich fertig. Ich mach dich platt. Und ich scheiß drauf. Diese strikte Trennung ist überall im Gefängnis sichtbar. Einzelgänger haben in der Welt der Gangs keine Chance. Du musst dich jemandem anschließen, klar? Früher oder später steckst du in der Scheiße. Und wer soll dir dann helfen? Du dir selbst? Wenn du da draußen allein bist, lauen überall die Haie. Sie kommen und wollen dich fertig machen. Genau so läuft das. Die meisten von denen haben jetzt gerade höchstwahrscheinlich Waffen dabei. Es könnte eine Rasierklinge sein, die sie im Mund verstecken oder eine angespitzte Zahnbürste im Strumpf. Alles ist möglich. Die ständig drohende Gewalt ist nur ein Teil des Lebens auf dem Gefängnishof. Häftlinge, die lange Strafen absitzen müssen, bereiten sich hier auf ihre Zeit im Knast vor. Denn nach der U-Haft wird es für sie noch schlimmer. Auf den meisten Gefängnishöfen in Kalifornien haben brutale Gangs das Sagen. Auseinandersetzungen enden dann auch manchmal tödlich. Selbst in diesem scheinbar chaotischen Umfeld gibt es strenge und klare Verhaltensregeln. Egal, wer mit wem Probleme hat, sie schicken erstmal einen Mittelsmann. Der sagt, hey, verpiss dich. Wir rasten gleich aus. Wenn du auf die Fresse willst, sag Bescheid. Man muss wissen, wer es auf wen abgesehen hat und wer mit wem unter einer Decke steckt. Nur so weiß man, wann es kracht. Aber dann ist es ziemlich eindeutig. Erst bilden sich Grüppchen, dann geht jeder in Stellung und dann bricht die Hölle los. Diese Massenschlägerei im kalifornischen Pelican Bay Staatsgefängnis brach wegen Spannungen zwischen rivalisierenden Gangs los. Erst nach einer halben Stunde bekamen die Wärter die Situation unter Kontrolle. Mehr als 30 Gefangene wurden verletzt. Das geht ganz schnell. Du brauchst bloß an einem Typen vorbeilaufen und deine Augen zusammenkneifen, weil dich die Sonne blendet. Und schon tickt er aus. Was glotzt du so? Nichts? Ich bin also nichts? Das ist wie ein Dominoeffekt. Du sagst ein scheiß falsches Wort nach dem anderen. Die hohe Gewaltbereitschaft hat in Kalifornien einen erstaunlichen Trend ausgelöst. Gangmitglieder hinter Gittern kehren ihrem Gangsterleben den Rücken. Diese Aussteiger sitzen in Santa Rita zu ihrem eigenen Schutz in Extrazellen. Brian Curliss ist einer von ihnen. Das Gangleben hinter sich zu lassen ist nicht leicht. Curliss hat gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und wartet in Santa Rita auf das Urteil. Er hat einen Job im Gefängnis, doch sein Strafregister macht ihn zu einem sogenannten Three Strikes-Kandidaten. Lässt er sich nochmal etwas zu Schulden kommen, könnte er lebenslänglich bekommen. Und die Gangster-Mentalität steckt in ihm als ehemaligem Gangmitglied tief drin. Ich hab hier einen Job und sage den Leuten klipp und klar, wenn dir was nicht passt, meine Zelle ist da, komm zum Frühstück vorbei. Damit hab ich gar kein Problem. Allerdings will ich mich nicht prügeln, weil ich ein Three-Strike-Kandidat bin. Verstehst du, Alter? Ich weiß auch nicht mal. Curliss bewegt sich auf einem schmalen Grat. Ein Ausrutscher und er wandert für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Das Santa Rita-Gefängnis nahe Oakland beherbergt einige der gefährlichsten Gangster Kaliforniens. In den Zellenblöcken und auf den Gefängnishöfen rekrutieren sie andere Insassen und weihen sie in ihren Gang-Kodex ein. Für die Wärter ist es eine große Herausforderung, den Frieden zwischen den Gangs zu wahren. Die Insassen müssen ständig kontrolliert und überwacht werden. In Schlafsaal 32 gehen die Gang-Experten Carson und Schlegel heute einigen Hinweisen nach. Freizeit, Freizeit! Untere Reihe Teppich frei halten, obere Reihe Treppen frei halten. Wenn alle Türen zu sind, mach ich das Licht an. Jetzt ist Freizeit. Vor einer Woche wurden einige Nortenio-Jungs aus diesem Block verlegt. Die waren wohl sowas wie Anführer. Dadurch ist eine Leere entstanden und das führt innerhalb der Gang zum Machtkämpfen. Es geht darum, wer von nun an die Ansage macht. Der sogenannte Shot-Caller ist im Knast der Anführer einer Gang. Er hat das Sagen im Zellenblock und sorgt dafür, dass alle die Bälle flach halten. Ohne ihn gäbe es andauernd Schlägereien. Das Gang-Sonderteam will herausfinden, ob jemand nachrücken wird oder ob hier bald Krieg ausbricht. Keine leichte Aufgabe bei sich ständig ändernden Machtverhältnissen. Die Anführer weisen die Neuzugänge ein und sorgen dafür, dass jeder die Strukturen hier drin kapiert. Wir sind in einem County Jail. Hier läuft es anders als in Staatsgefängnissen, wo die Häftlinge viele Jahre absitzen müssen. Hier bleiben sie nur kurz. Sie kommen und gehen, ein ständiger Wechsel. Dieser Durchgangsbetrieb macht es schwierig, die Kontrolle zu behalten. Santarita nimmt jedes Jahr mehr als 60.000 Häftlinge auf und manchmal landen Mitglieder rivalisierender Gangs im selben Zellenblock. Da ist Ärger vorprogrammiert. Das Gefängnis stuft Neuzugänge nach Gang-Mitgliedschaften ein und genauso einen Aufnahmeprozess gibt es auch bei den Gangs selbst. Dieser Prozess beginnt, sobald ein Häftling den Zellenblock betritt. Wenn sie neu dazukommen, müssen sie sich anmelden und angeben, wann sie zum ersten Mal inhaftiert wurden und was ihre erste Straftat war. Sie müssen alles auflisten. Was sie bisher verbrochen haben, wo sie eingesessen haben, in welchem Staatsgefängnis sie schon waren, mit wem sie in der Zelle gesessen haben und so weiter. Sie müssen praktisch ihren kriminellen Lebenslauf abgeben. Diese Lebensläufe werden auf kleine Zettel geschrieben, die Huelas heißen. Sie sind das wichtigste Kommunikationsmittel der Gangs. Die Mikroschriftnotizen werden im ganzen Gefängnis herumgereicht, um zu überprüfen, ob ein neuer Insasse tatsächlich der ist, der er vorgibt, zu sein. Jeden Tag gelangen Informationen von einem Ende des Gefängnisses zum anderen. Wie sie das anstellen? Sie deponieren die Botschaften auf Wäschewagen oder Essenswagen, die in die Küche zurückgehen, wo Insassen der geringsten Sicherheitsstufe arbeiten. Wenn sie Informationen aus einem bestimmten Haus wollen, dann kann eine der Hilfskräfte von dort rüberkommen und sie einfach verstecken. Auf diese Weise werden die Angaben neuer Insassen überprüft. Es ist eine Art Umfrage unter den Gangmitgliedern im Gefängnis, die entscheidet, ob dem Neuzugang getraut werden kann. Wenn ein neuer diese Prüfung besteht, nimmt er seinen Platz in der Gang ein. Wenn nicht, kann das tödlich enden. In den Personalräumen des Hochsicherheitstraktes versammelt sich eine Einheit zu einem dringenden Einsatz. Ein Deputy hat eine Huela abgefangen, die Hinweise auf eine Waffe in Haus 7 enthält und auf einen geplanten Überfall. Einer der Jungs im B-Block schreibt, dass dort eine Waffe versteckt wird. Wir nehmen an, dass es eine Rasierklinge ist, aus der eine Art Tomahawk gebastelt wurde. Danach suchen wir. Sie könnte überall sein. Deswegen durchsuchen wir die Blöcke A, B und C. Die Huela enthält außerdem die Namen der Nortenius, die dort untergebracht sind. Ich habe hier eine Liste mit den Namen einiger Nortenius in A, B und C und ihrer Verbündeten. Diese Gangster sind das Ziel der heutigen Razzia. Die Mission, die Waffe finden. Sie könnte in einem Buch oder sonst wo versteckt sein. Vielleicht auch im Schaum einer aufgeschlitzten Matratze. Wir werden die Zellen der Nortenius besonders gründlich auseinandernehmen. Wir gehen da rein, erledigen unseren Job und fertig. Das Team macht sich auf den Weg zu Haus 7, wo die Insassen schon in ihre Zellen gesperrt wurden. Als die Deputies ankommen, wird das Wasser abgestellt, damit niemand etwas im Klo runterspülen kann. Alles klar. Hemden anziehen und raustreten. Bei Razzien wie dieser müssen die Insassen aus ihren Zellen geholt werden, bevor sie Beweismittel vernichten können. Hemd runterziehen! Hemd runterziehen! Hemd runterziehen! Wer Widerstand leistet, wird sofort abgeführt. Die Häftlinge werden abgetastet und anschließend in den Aufenthaltsbereich gebracht. Dann werden ihre Zellen auf den Kopf gestellt. Gesucht werden Schmuggelwaren, selbstgebrauter Alkohol und andere verbotene Dinge. Doch heute konzentriert sich die Suche auf die Waffe. Im Block C erhält eine Zelle besondere Aufmerksamkeit. Ich habe Informationen über den Zelleninsassen. Er soll ein guter Waffenbauer sein. Das sei sein Fachgebiet, wer es nannte. Ich hatte gehofft, ich würde sie hier drin finden. Hoffentlich haben sie sie nicht schon beseitigt. Der Deputy wird nicht fündig und auch im restlichen Zellenblock kommen lediglich Schmuggelwaren zum Vorschein. Eine Tätowiermaschine. Aber keine Waffen. In der unteren Etage wurden noch mehr Huelas mit anderen Namen gefunden. Da stehen Jungs drauf, die gerade erst reingekommen sind. Das könnte der ersehnte Durchbruch sein. In Haus 7 des Santa Rita Gefängnisses nahe Oakland gibt eine abgefangene Botschaft Hinweise auf eine versteckte Waffe und einen geplanten Gangzusammenstoß. Die Zeit drängt. Die Waffe muss gefunden werden, bevor die Gangs aufeinander losgehen. Nach einer Stunde ist die Waffe noch immer nicht aufgetaucht. Doch die Deputies sind auf weitere Geheimbotschaften gestoßen. Ein Deputy bringt die Huelas zu den Gang-Experten Carson und Schlegel. Die ist aus Block C und die aus Block F. Die neuen Botschaften müssen sofort entschlüsselt werden. Das ist interessant. Es ist nicht leicht, die Mikroschrift zu entziffern, doch es könnten sich wichtige Informationen über Gangmitglieder, Waffen und geplante Bluttaten dahinter verbergen. Den kennen wir. Es dauert Stunden, bis die Huelas komplett entschlüsselt sind. Unterdessen geht in Haus 7 die Suche nach der Waffe weiter und die Deputies haben einen neuen Hinweis gefunden. Einer der Umschläge war an Zelle 1 in Block F adressiert. Scheinbar ist dort ein neues Mitglied der Nortenius untergebracht. Und wahrscheinlich verstecken sie dort auch was. Die Suche konzentriert sich jetzt auf einen kleineren Bereich. Es geht nicht mehr um ganze Blöcke, sondern nur noch um drei Zellen. Und eine davon wird besonders gründlich durchsucht. Die Insassen werden schnell aus den Zellen geführt und die Deputies durchsuchen ihre Matratzen und Bücher. Die Waffe finden sie aber immer noch nicht. Im Gemeinschaftsbereich entdeckt einer der Deputies etwas unter dem Fernseher. Es ist die gesuchte Waffe. Hast du's? Eine Klinge. Perfekt, um jemanden aufzuschlitzen. Die gefährliche Waffe wird sichergestellt und ein möglicher Gewaltakt vorerst abgewendet. Ein kleiner Triumph in einer Welt voller Konflikte und Gewalt. Brian Curliss versucht sein Möglichstes nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Er ist hier, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Da er dem Leben als Gangmitglied den Rücken gekehrt hat, ist er zu seinem Schutz in einem gesonderten Block untergebracht. Aber selbst hier ist er nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich hier sicherer bin als in anderen Teilen des Knarfs. Ich muss nur am falschen Tisch sitzen oder die falsche Dusche benutzen. Und schon habe ich ein verdammtes Problem. Gangmitglieder verachten Aussteiger und betrachten sie als Hochverräter. Sie sind nirgendwo sicher. Vor allem nicht hinter Gittern, wo Gangs die Regeln aufstellen. Die Aufnahmerituale sind schon brutal, aber auszusteigen ist noch wesentlich härter. Der Ausschluss erfolgt schnell und äußerst brutal, indem ein Gangmitglied dem Aussteiger das Gesicht aufschlitzt. Zurück bleibt eine Narbe, die anderen Gangmitgliedern als Erkennungsmerkmal dient. Dieser Mann ist ein Verräter. Ich habe gesehen, wie Gesichter aufgeschlitzt wurden und halbe Ohren dabei drauf gingen. Wenn du aussteigst, bist du für sie das Letzte. Sie hassen dich abgrundtiefen und wollen dich killen. In ihrem Extra-Blog sind Aussteiger schon durch ihre rote Kleidung gekennzeichnet. Bisher ist Curlis noch nicht angegriffen worden, doch alles ist möglich. Damit musst du leben. Wenn du älter wirst, wirst du auch klüger. Wenn mich jemand anmacht, dann wehre ich mich. Ich verteidige mich so gut ich kann. Ich muss nur stärker sein als die anderen. Curlis wird bald erfahren, worauf das Strafmaß für den Verstoß gegen die Bewährungsauflagen festgesetzt wurde. Bis dahin muss er auf der Hut sein. Im Santa Rita Gefängnis in der Nähe von Oakland gehen einige der brutalsten Gangster Kaliforniens ein und aus. Schätzungsweise 40.000 Gangmitglieder sehen den Knast jährlich von innen. Die Deputies sind ständig in höchster Alarmbereitschaft. Im Aufnahmebereich fängt der Tag gerade an und ein Dutzend Deputies beginnt mit der routinemäßigen Abfertigung von 300 Häftlingen. Meine Herren, wir gehen jetzt zur Krankenschwester. Und denkt dran, je besser ihr alle kooperiert, desto schneller seid ihr da wieder raus. Gang-Experte Terry Carson ist auf seinem Posten im Aufnahmebereich. Er sieht sich die Neuzugänge an und versucht herauszufinden, ob sie Gangs angehören, damit er sie in den richtigen Block stecken kann. Mitglied einer Street-Gang? Keine. Tattoos? Keine Tattoos. Nirgends? Auf dem Rücken? Gar keine. Die Zuordnung von Häftlingen geht immer weiter. Mit dieser Prozedur sollen rivalisierende Gangs getrennt und Gewaltausbrüche verhindert werden. Doch trotz aller Bemühungen können Häftlinge jederzeit aneinander geraten. Und wenn die Wärter dann eingreifen, kann die Situation auch mal eskalieren. In Haus 4 des Hochsicherheitsbereichs wurde wieder ein Deputy angegriffen. Er wollte eine Schlägerei zwischen drei mutmaßlichen Gang-Mitgliedern beenden. Die Häftlinge sitzen bereits in Einzelhaft, während die Untersuchung des Vorfalls beginnt. Am Tatort sind die Spuren der Schlägerei nicht zu übersehen. Der Deputy wurde mit einem Stuhl attackiert und ist sichtlich aufgewühlt. Nach der Schlägerei wurden alle Insassen im Block durchsucht. Wir fanden selbst gebastelte Waffen. Es ist verrückt. Man geht dazwischen, um diesen Jungs zu helfen und wird dabei selbst verletzt oder geht vielleicht sogar drauf. Es könnte auch eine Falle sein. Man weiß nie. Der Insasse, der den Stuhl geworfen hat, wird in eine Einzelhaftzelle verhört. Haben Stuhl nach ihm geworfen, eigentlich sogar mehrere. Zur Selbstverteidigung? Die Deputies vermuten, dass rivalisierende Gangs einen Machtkampf im Zellentrakt austragen. Weil dabei ein Beamter angegriffen wurde, ist die Strafe besonders hart. Dem Täter blühen ein weiteres Verfahren und eine Verlängerung seiner Haftstrafe. Ich kriege eine Anklage, aber sicher. Neue Anklagen werden von jedem Insassen gefürchtet. Denn das bedeutet, dass sie länger sitzen werden. Der ehemalige Skinhead Brian Curles versucht, sich nichts mehr zu Schulden kommen zu lassen. Heute wird er wegen des Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen von Santa Rita in sein Zielgefängnis verlegt. Das bedeutet für ihn, in eine Welt zurückzukehren, in der der Häftlingskodex noch ernster genommen wird. Als Gang-Aussteiger läuft er täglich Gefahr, in Schlägereien zu geraten. Doch für Three-Strikes-Kandidaten wie ihn könnte das ernsthafte Konsequenzen haben. Ich habe zu viel auf dem Kerbholz. Wenn ich jemandem im Knast auch nur einen Klaps gebe, weil er mich angemacht hat, könnte ich lebenslänglich bekommen. Ich bin ein Aussteiger. Ich mache diese Scheiße nicht mehr. Was soll das auch? Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, denke ich manchmal, Mann, ich habe es echt versaut. Und wer die Bodyguards sind. Wir sehen, dass die Nortenios am Ende des Hofs ihr Fitnessprogramm durchziehen. Sie machen Liegestütze und ihre üblichen Übungen, während sie sich über das Geschäft unterhalten. Sie stellen sich so auf, dass sie alles im Blick behalten können. Da hinten steht ein Typ ganz allein bei den Klimmzugstangen. Siehst du, wie er da steht, mit dem Rücken zu den anderen? Er hält Wache. Der Hof ist in abgesteckte Bereiche unterteilt. Jede Gang hat ihr eigenes Revier. Die Nortenios kontrollieren das Squash-Feld, schwarze Gangs das Basketballfeld und andere Latino-Gangs das Volleyballfeld. Außerdem gelten strenge Regeln, die Gang-Einführer wie der ehemalige Skinhead Brian Curliss aufgestellt haben. Da draußen gibt es alle möglichen Gruppierungen. Black, BGF, Blood, Crip, Nortenios, Serenios und Whites. Keiner will was mit den anderen zu tun haben. Die kommen mir besser nicht in die Quere. So läuft das Mann. Du bleibst auf deiner Seite und ich auf meiner. Wenn du die Grenze überschreitest, mach ich dich fertig. Ich mach dich platt. Und ich scheiß drauf. Diese strikte Trennung ist überall im Gefängnis sichtbar. Einzelgänger haben in der Welt der Gangs keine Chance. Du musst dich jemandem anschließen, klar? Früher oder später steckst du in der Scheiße. Und wer soll dir dann helfen? Du dir selbst? Wenn du da draußen allein bist, lauen überall die Haie. Sie kommen und wollen dich fertig machen. Genau so läuft das. Die meisten von denen haben jetzt gerade höchstwahrscheinlich Waffen dabei. Es könnte eine Rasierklinge sein, die sie im Mund verstecken oder eine angespitzte Zahnbürste im Strumpf. Alles ist möglich. Die ständig drohende Gewalt ist nur ein Teil des Lebens auf dem Gefängnishof. Häftlinge, die lange Strafen absitzen müssen, bereiten sich hier auf ihre Zeit im Knast vor. Denn nach der U-Haft wird es für sie noch schlimmer. Auf den meisten Gefängnishöfen in Kalifornien haben brutale Gangstersagen. Auseinandersetzungen enden dann auch manchmal tödlich. Selbst in diesem scheinbar chaotischen Umfeld gibt es strenge und klare Verhaltensregeln. Egal, wer mit wem Probleme hat, sie schicken erstmal einen Mittelsmann. Der sagt, hey, verpiss dich. Wir rasten gleich aus. Wenn du auf die Fresse willst, sag Bescheid. Man muss wissen, wer es auf wen abgesehen hat und wer mit wem unter einer Decke steckt. Nur so weiß man, wann es kracht. Aber dann ist es ziemlich eindeutig. Erst bilden sich Grüppchen, dann geht jeder in Stellung und dann bricht die Hölle los. Diese Massenschlägerei im kalifornischen Pelican Bay Staatsgefängnis brach wegen Spannungen zwischen rivalisierenden Gangs los. Erst nach einer halben Stunde bekamen die Wärter die Situation unter Kontrolle. Mehr als 30 Gefangene wurden verletzt. Das geht ganz schnell. Du brauchst bloß an einem Typen vorbeilaufen und deine Augen zusammenkneifen, weil dich die Sonne blendet. Und schon tickt er aus. Was glotzt du so? Nichts? Ich bin also nichts? Das ist wie ein Domino-Effekt. Du sagst ein scheiß falsches Wort nach dem anderen. Die hohe Gewaltbereitschaft hat in Kalifornien einen erstaunlichen Trend ausgelöst. Gangmitglieder hinter Gittern kehren ihrem Gangsterleben den Rücken. Diese Aussteiger sitzen in Santa Rita zu ihrem eigenen Schutz in Extrazellen. Brian Curliss ist einer von ihnen. Das Gangleben hinter sich zu lassen ist nicht leicht. Curliss hat gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und wartet in Santa Rita auf das Urteil. Er hat einen Job im Gefängnis, doch sein Strafregister macht ihn zu einem sogenannten Three-Strikes-Kandidaten. Lässt er sich nochmal etwas zu Schulden kommen, könnte er lebenslänglich bekommen. Und die Gangster-Mentalität steckt in ihm als ehemaligem Gangmitglied tief drin. Ich hab hier einen Job und sage den Leuten klipp und klar, wenn dir was nicht passt, meine Zelle ist da, komm zum Frühstück vorbei. Damit hab ich gar kein Problem. Allerdings will ich mich nicht prügeln, weil ich ein Three-Strike-Kandidat bin. Verstehst du, Alter? Ich weiß auch nicht mal. Curliss bewegt sich auf einem schmalen Grat. Ein Ausrutscher und er wandert für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Das Santa Rita-Gefängnis nahe Oakland beherbergt einige der gefährlichsten Gangster Kaliforniens. In den Zellenblöcken und auf den Gefängnishöfen rekrutieren sie andere Insassen und weihen sie in ihren Gang-Kodex ein. Für die Wärter ist es eine große Herausforderung, den Frieden zwischen den Gangs zu wahren. Die Insassen müssen ständig kontrolliert und überwacht werden. In Schlafsaal 32 gehen die Gang-Experten Carson und Schlegel heute einigen Hinweisen nach. Freizeit, Freizeit. Untere Reihe Teppich frei halten, obere Reihe Treppen frei halten. Wenn alle Türen zu sind, mach ich das Licht an. Jetzt ist Freizeit. Vor einer Woche wurden einige Nortenio-Jungs aus diesem Block verlegt. Die waren wohl sowas wie Anführer. Dadurch ist eine Leere entstanden und das führt innerhalb der Gang zu Machtkämpfen. Es geht darum, wer von nun an die Ansagen macht. Der sogenannte Shot-Caller ist im Knast der Anführer einer Gang. Er hat das Sagen im Zellenblock und sorgt dafür, dass alle die Bälle flach halten. Ohne ihn gäbe es andauernd Schlägereien. Das Gang-Sonderteam will herausfinden, ob jemand nachrücken wird oder ob hier bald Krieg ausbricht. Keine leichte Aufgabe bei sich ständig ändernden Machtverhältnissen. Die Anführer weisen die Neuzugänge ein und sorgen dafür, dass jeder die Strukturen hier drin kapiert. Wir sind in einem County Jail. Hier läuft es anders als in Staatsgefängnissen, wo die Häftlinge viele Jahre absitzen müssen. Hier bleiben sie nur kurz. Sie kommen und gehen. Ein ständiger Wechsel. Dieser Durchgangsbetrieb macht es schwierig, die Kontrolle zu behalten. Santa Rita nimmt jedes Jahr mehr als 16. Der Tag schlägt einem ein heißer Luftschwall entgegen, wenn man die Tür öffnet. Wie in der Sauna. Wie wenn man die Ofentür öffnet, nachdem man etwas gebacken hat. Je mehr Leute in den Zellen sind, desto heißer wird es da drin. Die Jungs sind dann schnell gereizt und geraten auch manchmal aneinander. Du hockst in einem Betonkasten und schwitzt wie ein Schwein. Aus der Lüftung kommt nur heiße Luft. Es stinkt, die Leute furzen und jammern rum. Dann sagt so ein Penner irgendwas und es kracht. Wie wenn man Öl ins Feuer schüttet. Das reicht. Verstehst du, Alter? Sammelzellen wie diese gibt es in Gefängnissen im ganzen Land. Viele Häftlinge sind kurz vor dem Durchdrehen. Da reicht ein falscher Blick. Ohne, dass die Wächter es merken, kann jederzeit eine Schlägerei ausbrechen und eskalieren, wenn mehr Insassen sich daran beteiligen. Moment, die Herren, bin gleich zurück. Das Fass ist hier im wahrsten Sinne des Wortes ständig am Überlaufen. Das setzt die Beamten unter hohen Druck. Die Insassen müssen in den Sammelzellen warten und deshalb ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Kennt jeder die Regeln? Am Ende seiner Schicht bringt Scott Brandon über 60 Insassen zurück in ihre Zellenblöcke. Rechte Schulter, rechte Wand, alle in einer Reihe. Zweite Regel. Maul halten. Solange die Gefangenen nicht gefesselt sind, gilt eins. Immer in Bewegung halten. Sie sollen alle in eine Richtung laufen und sich nicht ablenken lassen. Wenn das klappt und sie einigermaßen in einer Reihe bleiben, dann läuft's eigentlich. Das Ziel ist, dass sie sich nicht prügeln. Sowas darf nicht passieren. Wir haben es hier schließlich nicht mit Kindern, sondern mit erwachsenen Männern zu tun. Die haben ihren eigenen Kopf. Die Insassen haben einen langen Tag hinter sich. Für diejenigen, die in Zellenblock 34 gebracht werden, fängt der Stress allerdings erst an. Hier sind 328 Häftlinge untergebracht. Das absolute Maximum. Und es gibt nur zwei Wärter. Wenn die Insassen Freizeit haben, ist es hier laut und eng. Dann leben die Gefangenen nach ihren eigenen Regeln. Du musst deine Leute respektieren und immer bei deinen Leuten bleiben. Verstehst du, Alter? Wir sitzen hier in der Black Hall. Hier sind nur Schwarze erlaubt. In der Mitte sind die anderen. Sie teilen sich auch in verschiedene Bereiche auf. Klammern? Diese Aufteilung wird strikt eingehalten. Im gesamten Zellenblock. Es ist eine Trennung nach Hautfarben. Zur Wahrung des Friedens, behaupten die Insassen. Doch dahinter verbirgt sich eine viel tiefere Kluft. Wie im Rest des Knasts haben auch in diesem Block die Gangsters sagen. Jeder Tisch, jede Treppe und jedes Telefon markiert ein abgestecktes Revier. Den größten Teil beanspruchen die dominanten Nortenios, die streng nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln leben, wie Ex-Nortenio-Mitglied Lucky erzählt. Jeder hat eine Aufgabe. Eine Gang ist wie ein Körper. Jede in der Gang hat eine spezielle Funktion. Ganz egal, ob du ganz oben oder ganz unten stehst. Du trägst etwas bei. Sagen wir mal, hier ist eine Zelle. Und die Tür öffnet sich 27 Mal am Tag. Meine Aufgabe ist es, hier zu sitzen, die Tür zu beobachten und jedes Öffnen zu notieren. Das ist mein Job. Ich bin Teil von etwas und leiste meinen Beitrag. Wenn du in der Nortenio-Gang bist, musst du trainieren. Wenn du das nicht machst, wirst du bestraft. So läuft das mal. Die Gesetze der Gangs bestimmen das Leben im Knast. Das Gefängnis wird zur Rekrutierungsstelle. Obwohl Insassen behaupten, dass die Trennung nach Hautfarben für Ruhe sorgt, kommt es immer wieder zu Schlägereien. Und dann heißt es Gang gegen Gang. Ich und meine Nigger zeigen denen, wo's lang geht. Wir hauen alles kurz und klein. Niemand kneift. Keine Frage, Mann. Wenn's losgeht, gibt's was auf die Mütze, Mann. Im Ernst, wir machen die alle fertig. Ich geh hier nicht in einem Leichensack raus. Zurück in die Zellen, Leute. Jetzt ist Einschluss. Nach drei Stunden Freizeit müssen die Häftlinge wieder in ihre Zellen. Die Wärter laufen durch den Schlafsaal und zählen die Insassen. 36 Männer schlafen hier in Etagenbetten. Alle sind da. Keiner fehlt. Dann wird noch einmal stichprobenartig nach Schmuggelware gesucht. Wenn sie wieder hinter Schloss und Riegel sitzen, fängt für die Häftlinge in Zellenblöcken wie diesem die Nacht erst an. Zellenparty ist angesagt. Und die zwei Wärter können nicht viel dagegen machen. Das Essen haben sie im Gefängnis erstanden. Der Alkohol ist selbst gebraut. Die Polen dürfen das nicht sehen, Mann. Wir knallen uns mit dem Zeug richtig die Birne zu. Heute machen wir Gambo mit Austern, Hühnchen, Thunfisch und Reis. Wir schmeißen alles zusammen. Wir essen wie die Könige. Oakland hat die fünft höchste Kriminalitätsrate der USA. In den letzten drei Jahren hat es hier über 300 Morde gegeben. Viele dieser Morde gehen auf das Konto von Gangmitgliedern, die dann in Santa Rita landen und auf ihren Prozess warten. Weil hier aber jedes Jahr auch tausende Wiederholungstäter durchgeschleust werden, ist Santa Rita auch eine Art Trainingslager für Anfänger-Gangster. Im Osten des Geländes findet ein tägliches Ritual statt. Zellenblock 34 hat Hofgang. Nur bei dieser Gelegenheit kommen alle 328 Insassen zusammen raus. Auf den ersten Blick sieht alles friedlich aus. Aber der Schein trügt. Vom Wachtturm aus beobachten die Gang-Experten Mark Schlegel und Terry Carson die Gefangenen. Für sie kann der Hofgang sehr aufschlussreich sein. Wenn wir hier oben sitzen und die Jungs beim Trainieren beobachten, können wir erkennen, ob es Probleme gibt, wer was zu sagen hat. Das Santa Rita-Gefängnis nahe der kalifornischen Stadt Oakland. Die fünftgrößte Haftanstalt der USA. Brutale Gangs bestimmen hier den Alltag. Ihren Krieg bringen sie von den Straßen Oaklands mit in den Knast. Wer hier drin überleben will, schließt sich einer Gang an oder wird zur Zielscheibe. Du musst dir deine Leute suchen. Wenn du hier drinnen allein bist, lauern überall die Haie. In diesem Gefängnis zeigen Gangster-Veteranen den Neulingen ihre Tricks. Du musst deine Leute respektieren und zu ihnen halten. Diese Männer müssen den Gangstern immer einen Schritt voraus sein. Die Gang-Unit sorgt für Ruhe und Ordnung innerhalb der Gefängnismauern. Die meisten von denen sind wahrscheinlich bewaffnet. Und wenn es eine Rasierklinie ist, die sie im Mund verstecken. Und es werden immer mehr. Im Santa Rita-Gefängnis Oakland rüsten sich die Wärter mit Schutzwesten und Schreckschusswaffen. Sie bereiten eine Razzia vor. Wenige Stunden zuvor hatte einer der Insassen einen Kollegen von ihnen angegriffen. Wir fallen im Zellenblock 33 an und nehmen da alles auseinander. Wie ihr wisst, wurde heute einer unserer Leute angegriffen. Wir gehen da rein und stellen klar, dass wir hier das Sagen haben. Es geschah am frühen Morgen. Während er in eine andere Zelle verlegt wurde, nutzte ein Häftling die Gelegenheit und schlug zu. Im Gefängnis droht ständig Gewalt und in Fällen wie diesem müssen die Beamten schnell reagieren und hart durchgreifen. Wenn sie die Zellenblöcke betreten, müssen sie auf alles gefasst sein. Gefangene, die Widerstand leisten oder direkt auf sie losgehen. Je nach Situation fährt die Gefängnisleitung mehr oder weniger schwere Geschütze auf. Bei Razzien ist das Überraschungsmoment entscheidend. Meine Herren, raus aus den Federn! Weg von den Schubladen! Aufstehen und anziehen! Razzien wie diese sind im Santa Rita-Gefängnis an der Tagesordnung. Aber wenn ein Kollege angegriffen wird, ist mit den Wärtern nicht zu spaßen. Schon beim geringsten Widerstand werden die Gefangenen in Handschellen gelegt. Umdrehen! Hände auf den Rücken! Halt! Los! Die Deputies durchforsten alle Zellen und nehmen jedes Bett auseinander. Sie suchen nach Waffen, Drogen und Alkohol und werden schnell fündig. Dutzende Flaschen mit selbstgebrautem Alkohol, der Pruno genannt wird. Man vermischt Zucker und Apfelsaft. Dann verschließt man die Flasche und es fängt an zu gären. Der Katalysator für viele Schlägereien. Die Jungs trinken das Zeug und werden übermütig. Für uns ist das hier Routine. Aber wenn ein Kollege bedroht wird, dann steht der Trakt, in dem das passiert ist, ganz oben auf der Liste. Hier ist ein Aufseher heute Morgen angegriffen worden. Und deswegen jetzt die Razzia. Über 150 Insassen werden gefilzt, wobei selbstgebastelte Waffen und literweise Alkohol zum Vorschein kommen. Doch der Kampf um die Kontrolle ist endlos, im fünftgrößten Gefängnis der USA. Das Santa Rita Untersuchungsgefängnis in der Nähe von Oakland hat 4000 Insassen. Mehr als die meisten anderen Gefängnisse in Kalifornien. 18 Zellenblöcke erstrecken sich über die gesamte Länge der Gefängnisanlage. Sage und schreibe 800 Meter. Das Gefängnis besteht aus zwei Flügeln. Im Ostflügel sind die Schutzzellen und Schlafsäle für Gefangene mit geringer Sicherheitsstufe. Im Westflügel sind Häftlinge der höchsten Sicherheitsstufe in Zweibettzellen untergebracht. Dort sind auch die Isolationszellen, in denen die Gefangenen 23 Stunden am Tag eingesperrt sind. Mehr als 60.000 Untersuchungshäftlinge sitzen hier jedes Jahr ein. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen und ständig liegt Gewalt in der Luft. Diese Gewalt kommt direkt von den Straßen Oaklands. Von hier kommen einige der gefährlichsten Gangs der USA. Die Gangs sind für etwa 100 Morde in den letzten drei Jahren in Oakland verantwortlich. Und für mehr als 23.000 andere Gewaltverbrechen. Und alle, die hier verhaftet werden, wandern erstmal in Santa Rita. Die Straßengangs von Oakland geben hier drin den Ton an. Zwei Drittel der Gefangenen sind Gangmitglieder. Sie bringen ihre Rivalitäten und Kriege mit in den Knast. Um hier die Kontrolle zu behalten, müssen die Wärter die Gefangenen streng überwachen. Vom ersten Moment an. Terry Carson arbeitet im Aufnahmebereich. Hier machen sich die Aufseher ein erstes Bild von den Neuzugängen. Haben Sie jenen Polizisten angegriffen? Und andere Häftlinge? Carson befragt jeden Neuzugang zu dessen krimineller Vergangenheit und was ihm vorgeworfen wird. Er will herausfinden, wie gefährlich der Neue ist. So wird jeder Häftling einer entsprechenden Gruppe zugeordnet und er bekommt Gefängniskleidung in der jeweiligen Farbe. Insassen mit blauer Kleidung sind weniger gefährlich. Häftlinge mit gelber Kleidung sind wegen schwerer Verbrechen angeklagt oder sind im Knast schon wegen Gewalt aufgefallen. Terrordrohungen? Okay. Jedes steht für ein Jahr im Gefängnis? Rot bedeutet, dass ein Insasse in Einzelhaft oder eine Schutzzelle kommt. Wissen Sie noch, wieso Sie damals saßen? Warum? Körperverletzung, häusliche Gewalt, versuchter Mord. Wie viele Punkte hatten Sie in St. Quentin? Ich hatte Level 4. Level 4? Diese Einstufung ist eine Notlösung, der Versuch, einen Waffenstillstand zu erreichen. 210, ***, Pote, los Tecolotes. It's that big one, three homeboys that you knew. Barrio Pobre, Sureños, 831, Costa Central. 30.000 Häftlinge auf und manchmal landen Mitglieder rivalisierender Gangs im selben Zellenblock. Da ist Ärger vorprogrammiert. Das Gefängnis stuft Neuzugänge nach Gang-Mitgliedschaften ein und genauso einen Aufnahmeprozess gibt es auch bei den Gangs selbst. Dieser Prozess beginnt, sobald ein Häftling den Zellenblock betritt. Wenn sie neu dazukommen, müssen sie sich anmelden und angeben, wann sie zum ersten Mal inhaftiert wurden und was ihre erste Straftat war. Sie müssen alles auflisten. Was sie bisher verbrochen haben, wo sie eingesessen haben, in welchem Staatsgefängnis sie schon waren, mit wem sie in der Zelle gesessen haben und so weiter. Sie müssen praktisch ihren kriminellen Lebenslauf abgeben. Diese Lebensläufe werden auf kleine Zettel geschrieben, die Huelas heißen. Sie sind das wichtigste Kommunikationsmittel der Gangs. Die Mikroschriftnotizen werden im ganzen Gefängnis herumgereicht, um zu überprüfen, ob ein neuer Insasse tatsächlich der ist, der er vorgibt, zu sein. Jeden Tag gelangen Informationen von einem Ende des Gefängnisses zum anderen. Wie sie das anstellen? Sie deponieren die Botschaften auf Wäschewagen oder Essenswagen, die in die Küche zurückgehen, wo Insassen der geringsten Sicherheitsstufe arbeiten. Wenn sie Informationen aus einem bestimmten Haus wollen, dann kann eine der Hilfskräfte von dort rüberkommen und sie einfach verstecken. Auf diese Weise werden die Angaben neuer Insassen überprüft. Es ist eine Art Umfrage unter den Gangmitgliedern im Gefängnis, die entscheidet, ob dem Neuzugang getraut werden kann. Wenn ein neuer diese Prüfung besteht, nimmt er seinen Platz in der Gang ein. Wenn nicht, kann das tödlich enden. In den Personalräumen des Hochsicherheitstraktes versammelt sich eine Einheit zu einem dringenden Einsatz. Ein Deputy hat eine Huela abgefangen, die Hinweise auf eine Waffe in Haus 7 enthält und auf einen geplanten Überfall. Einer der Jungs im B-Block schreibt, dass dort eine Waffe versteckt wird. Wir nehmen an, dass es eine Rasierklinge ist, aus der eine Art Tomahawk gebastelt wurde. Danach suchen wir. Sie könnte überall sein. Deswegen durchsuchen wir die Blöcke A, B und C. Die Huela enthält außerdem die Namen der Nortenius, die dort untergebracht sind. Ich habe hier eine Liste mit dem Namen einiger Nortenius in A, B und C und ihrer Verbündeten. Diese Gangster sind das Ziel der heutigen Razzia. Die Mission, die Waffe finden. Sie könnte in einem Buch oder sonst wo versteckt sein. Vielleicht auch im Schaum einer aufgeschlitzten Matratze. Wir werden die Zellen der Nortenius besonders gründlich auseinandernehmen. Wir gehen da rein, erledigen unseren Job und fertig. Das Team macht sich auf den Weg zu Haus 7, wo die Insassen schon in ihre Zellen gesperrt wurden. Als die Deputies ankommen, wird das Wasser abgestellt, damit niemand etwas im Klo runterspülen kann. Alles klar. Hemden anziehen und raustreten. Bei Razzien wie dieser müssen die Insassen aus ihren Zellen geholt werden, bevor sie Beweismittel vernichten können. Hemd runterziehen. Hemd runterziehen. Hemd runterziehen. Wer Widerstand leistet, wird sofort abgeführt. Die Häftlinge werden abgetastet und anschließend in den Aufenthaltsbereich gebracht. Dann werden ihre Zellen auf den Kopf gestellt. Gesucht werden Schmuggelwaren, selbstgebrauter Alkohol und andere verbotene Dinge. Doch heute konzentriert sich die Suche auf die Waffe. In Block C erhält eine Zelle besondere Aufmerksamkeit. Ich habe Informationen über den Zelleninsassen. Er soll ein guter Waffenbauer sein. Das sei sein Fachgebiet, wer es nannte. Ich hatte gehofft, ich würde sie hier drin finden. Hoffentlich haben sie sie nicht schon beseitigt. Der Deputy wird nicht fündig und auch im restlichen Zellenblock kommen lediglich Schmuggelwaren zum Vorschein. Eine Tätowiermaschine. Aber keine Waffen. In der unteren Etage wurden noch mehr Huelas mit anderen Namen gefunden. Da stehen Jungs drauf, die gerade erst reingekommen sind. Das könnte der ersehnte Durchbruch sein. In Haus 7 des Santa Rita Gefängnisses nahe Oakland gibt eine abgefangene Botschaft Hinweise auf eine versteckte Waffe und einen geplanten Gangzusammenstoß. Die Zeit drängt. Die Waffe muss gefunden werden, bevor die Gangs aufeinander losgehen. Nach einer Stunde ist die Waffe noch immer nicht aufgetaucht. Doch die Deputies sind auf weitere Geheimbotschaften gestoßen. Ein Deputy bringt die Huelas zu den Gang-Experten Carson und Schlegel. Die ist aus Block C und die aus Block F. Die neuen Botschaften müssen sofort entschlüsselt werden. Das ist interessant. Es ist nicht leicht, die Mikroschrift zu entziffern, doch es könnten sich wichtige Informationen über Gangmitglieder, Waffen und geplante Bluttaten dahinter verbergen. Den kennen wir. Es dauert Stunden, bis die Huelas komplett entschlüsselt sind. Unterdessen geht in Haus 7 die Suche nach der Waffe weiter und die Deputies haben einen neuen Hinweis gefunden. Einer der Umschläge war an Zelle 1 in Block F adressiert. Scheinbar ist dort ein neues Mitglied der Nortenius untergebracht. Und wahrscheinlich verstecken sie dort auch was. Die Suche konzentriert sich jetzt auf einen kleineren Bereich. Es geht nicht mehr um ganze Blöcke, sondern nur noch um drei Zellen. Und eine davon wird besonders gründlich durchsucht. Die Insassen werden schnell aus den Zellen geführt und die Deputies durchsuchen ihre Matratzen und Bücher. Die Waffe finden sie aber immer noch nicht. Im Gemeinschaftsbereich entdeckt einer der Deputies etwas unter dem Fernseher. Es ist die gesuchte Waffe. Hast du's? Eine Klick. Mitglieder rivalisierender Gangs müssen streng voneinander getrennt werden. Wenn du einem von den anderen über den Weg läufst, also wenn du jetzt ein Zerenio bist und du siehst einen Nortenio, dann gehst du auf den Los. So läuft das bei denen. Wenn du das nicht machst, bist du selber dran. Konflikte zwischen den Gangs können jederzeit ausbrechen. Deshalb hat das Gefängnis ein spezielles Team aufgestellt, das tiefer in die Welt der Gangs eintauchen soll. Dazu gehören Terry Carson und Teamleiter Mark Schlegel. Sie sind die Gang-Experten des Gefängnisses. Ihr Büro hängt voller Zeichnungen. Geheime Symbole und Codes sind die Schlüssel, um die verschiedenen Gruppen zu unterscheiden. Das hier ist Kumi 415. Das sind die Hells Angels. West Oakland. Das ist X4 Norte. In den Zeichnungen verbergen sich wichtige Hinweise auf Gang-Zugehörigkeit, Rivalitäten und mögliche Konflikte. Sie erzählen eine Geschichte so wie auch die Insassen selbst, mit ihren Tattoos. Diese Tätowierungen sehen wir immer wieder. Sie erzählen eine Geschichte. Das N, der 14. Buchstabe des Alphabets, steht für Norte. Die 14 kommt auch oft bei Rechtsextremisten vor. Aber da bedeutet sie etwas ganz anderes. Das sind nicht nur irgendwelche Zeichnungen und Tattoos. Sie haben alle eine Bedeutung. Diese Geschichten zu entschlüsseln, könnte für die Sicherheit im Gefängnis entscheidend sein. Aber die Gang-Experten haben eine noch wichtigere Aufgabe. Sie legen über jedes Gang-Mitglied eine Akte an, die ihm entweder in den Knast oder in die Freiheit folgt. Auf diese wertvollen Informationen können dann sowohl Vollzugs- als auch Polizeibeamte zurückgreifen. Eine große Herausforderung. In Kalifornien gibt es hunderte von Gruppierungen und Gangs und fast alle sind in Santa Rita vertreten. Es gibt die Border Brothers, die Pisars, die Blacks und die Whites. Wenn feindliche Gangs zusammen untergebracht werden, geht die Bombe hoch. In Hochsicherheitsblock 6 ist genau das passiert. Das Putz-Team ist schon am Tatort und wischt die Spuren eines brutalen Kampfes auf, der erst ein paar Stunden her ist. Wir hatten die Zellentüren gerade zum Abendessen geöffnet. Ein Gefangener kam aus Zelle 14 hier reingestürmt und griff den anderen mit einer Rasierklinge an. Er hat versucht, ihm das Gesicht aufzuschlitzen. Beide Häftlinge sind verletzt und werden ärztlich versorgt. Den Angreifer erwartet eine Anklage wegen Körperverletzung. Ob das eine Gang-Auseinandersetzung war, ist noch unklar. Das sieht aus wie die unterste Etage eines Zellenblocks. Die Würfel verstehe ich immer noch nicht. Die Gang-Experten stehen unter Druck. Sie müssen tausende von Hinweisen und Botschaften entschlüsseln. Das ist Blut definitiv. Vier Tropfen. Ja, und eine Eins und eine Drei. Das ist... Sorenio. Sorenio. Könnte sein. Sie müssen die Gang-Mitglieder identifizieren und von ihren Feinden trennen, bevor wieder Blut fließt. Das Santa Rita-Gefängnis nahe Oakland ist die fünftgrößte Haftanstalt der USA. Hier sitzen Mitglieder der brutalsten Gangs Kaliforniens ein. Die Wärter müssen die Kontrolle behalten. Über rund 4000 Häftlinge. Es ist Freitag, drei Uhr morgens und das C-Team hat Nachtdienst. Diese Nacht sind 60 Neuzugänge gekommen, die aufgenommen werden müssen. Wir durchsuchen sie jetzt. Schuhe und Socken auf meine Seite der blauen Linie. Auch zu später Stunde sind John White und der Rest des Teams im Aufnahmebereich in höchster Alarmbereitschaft. Los, los, Hände ausstrecken! Im Aufnahmebereich werden aus Verhafteten Inhaftierte. Wir müssen hier höllisch aufpassen. Das ist der gefährlichste Teil des Aufnahmebereichs. Wir haben in diesen Zellen schon Drogen, Messer und Feuerwaffen gefunden. Alles Mögliche. Die Stimmung hier ist immer angespannt, aber heute Nacht ist alles glatt gelaufen. Die Wärter hüten sich davor, das Wort ruhig zu benutzen. Denn sie wissen, je später der Abend, desto wahrscheinlicher der Ärger. Wir haben jetzt zehn Stunden unsere Schicht hinter uns und müssen jede Sekunde auf Zack sein. Bei der Sicherheitskontrolle gleich um die Ecke macht sich diese Wachsamkeit bezahlt, als ein Häftling frech wird. Die Wärter reagieren schnell und mit angemessener Härte, um eins klarzustellen. Das hier ist der Knast. Wir geben hier den Ton an, aber das müssen sie erst lernen. Sie müssen sich erst an die Haft gewöhnen. Sie kapieren nicht, dass sie absolut nichts mehr zu melden haben. Der Typ ist hackedicht. Wir wollten ihn durchsuchen und er wurde aggressiv. Wir haben ihm zu unserer und zu seiner eigenen Sicherheit Handschellen angelegt und nach hinten gebracht. Sowas passiert jede Nacht. Hör auf zu treten, Mann! Alkohol hat eine komische Wirkung auf manche Leute. Und meistens landen sie dann hier. Dieser Häftling wird hier erstmal ausnüchtern. Nachts gibt es im Aufnahmebereich ruhige Ecken für Problemfälle. Aber am Morgen ändert sich die Stimmung radikal, denn dann drängen sich hier die Neuzugänge. Durch die 30 Sammelzellen wandern jeden Tag im Schnitt 400 Häftlinge. Wenn viel los ist, sogar bis zu 600. Jeder Gefangene, der auf seine Verhandlung wartet, auf dem Weg von der U-Haft in den Strafvollzug ist, neu aufgenommen oder auch freigelassen wird, kommt hier durch. Platz machen, meine Herren. Wir gehen gleich. Hier die Kontrolle zu behalten, ist nicht ganz einfach, denn die Wächter sind in der Unterzahl. In einer Schicht haben wir hier acht bis zwölf Leute. Und die müssen mit bis zu 300 Häftlingen klarkommen. Es ist 13.50 Uhr. Das heißt, es ist die letzte Fuhre. Bringen wir es hinter uns. Bei so vielen Gefangenen kann es im Aufnahmebereich durchaus zu Überbelegungen kommen. Und besonders in den Sammelzellen führt das zu Stress. Normalerweise werden hier etwa 20 Insassen eingepfercht. Aber wenn die Beamten nicht nachkommen, steigt diese Zahl. Und die Temperatur.